Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Icarus. Jo, ihr seht, ich habe meinen privaten Charakter gelöscht, weil ich den E zurzeit nicht nutze und den B auch ein bisschen falsch geskillt habe. Dann mache ich mir lieber irgendwann nochmal einen neuen Charakter und probiere es mit dem nochmal. So, wir schauen jetzt einfach mal. Wir haben ja das letzte Mal die Mission beendet und ich würde jetzt gerne in ein neues Schürfgebiet gehen. Ich habe eben schon mal so ein bisschen geguckt. Also ich finde die nicht schlecht. Ich würde auch gerne mal so eine Mission machen, Fieldtest Recovery, Bergung eines Versuchsgeräts für die Arcs. Aber sechs Stunden, die hätte ich jetzt. Wir haben morgens 10 Uhr, da müsste ich jetzt bis nachmittags vier Uhr Zeit haben, um diese Mission zu beenden. Und ich weiß schlichtweg nicht, ob ich das hinkriege. Die finde ich ganz interessant. Hier sollen wir einen Bauplatz erreichen und einen Jagdaußenposten bauen. Und sämtliche Ressourcen und Baumaterialien werden vom Vertragspartner bereitgestellt. Ah, das finde ich ganz interessant. Sollten wir uns vielleicht mal angucken. 175 Werditz, sieben Tage Zeit und drei Rotenköpfe. Oh weh. Naja, komm. Probieren. Ja, das ist jetzt der Anzug von dem gelöschten Charakter. Da haben wir nämlich jetzt zwei, aber ist nicht schlimm. Und los geht die wilde Fahrt. Und ich bin gespannt, was uns erwartet. Und ja, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Ab geht's. Ab mal unten. Ja, da sind schon Wolken. Mach gleich da. Da sehe ich schon Bergspitzen. Oh, wir sind da. Ja, moin. Wir sind bei L10. Uh. Und wir müssen nach L7. Das ist in der Wüste. Dann müssen wir quasi hier durch, wo ich die 30-Tages-Mission hatte. So, get him set up with the basics and we're good to go. Check your mouth. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Richtung muss ich denn? In die. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, hm, ist da der Durchgang offen in die Wüste oder müssen wir uns da durchbohren? Aber das, denke ich mal, werden wir früh genug feststellen. Ich rüste mich erst mal wieder so mit dem Nötigsten aus. Und, ähm, ja, dann gehen wir mal in die Richtung. Ich dachte, da wäre ein Affermelonen. Oh. Erstmal alles sammeln. Auch, Märchen. Märchen sind auch immer gut. Hier noch ein Märchen, da noch ein Märchen, da noch ein Märchen, da noch ein Märchen. Kleine Märchen. Noch ein Märchen. Wie, hier gibt es auch viele Märchen. So. Dann bräuchte ich noch ein bisschen Stein mehr. Oh, da sind die Wassermelonen. Na, gucke. Zack. Meine Wassermelonen. Melonen sind lecker. So, ähm. Stock und Stein und Ast und Co. Aber irgendwie... finde ich keinen Stein. Naja, wird uns gleich schon noch begegnen. So ein Oxidstein. Zum Beispiel hier. Oh. Hier ist ja alles noch nicht richtig angeordnet. Hier unten. So geht das aber nicht. Oh, was hat man da hin? So. Das packt man da hin, da hin. Dann holen wir schon mal ein bisschen Oxid. Immer wichtig. Ist natürlich die Frage. Bau mal ein bisschen die Base wieder da in der Höhle, im Durchgang. Obwohl, ich weiß jetzt nicht. Wie weit? Da ist schon ein Stück. Das Missionsgebiet ist bei L7. Aber es geht. Wenn wir erstmal durch diesen Durchgang durch sind, ist es gar nicht so weit. Vielleicht sollten wir da wirklich da in diesem Durchgang, ähm, mal... wenigstens das Bett hinlegen. Unsere Bettrolle. Schlafstack. Aber ich mag das Wort Bettrolle. Oh, ist das. So, erstmal ein paar Stab... Oh. Da kommt schon erster L-Kandidate. Ach komm, den machen wir mit dem Speer, oder? Oha. Was die für eine Range haben manchmal. Aber wir brauchen die ja eh. Bettrolle und so. So, ihr wisst. Ich mach das erst noch mit der Axt. Damit wir genug... ...dorfen rausbekommen. Ganz schnell brauchen wir das dann, glaube ich, nicht mehr. Oh, ich hab jetzt hoffentlich keinen Vier erschlagen. Und das sagen wir mal alles ein, dass wir schon mal... ...haben jetzt besser als brauchen, ne? Was wir nicht schon mal ein Baum bei uns haben. Das müssen wir, glaube ich, noch in den Platt legen. Im Inventar nützt es uns reichlich wenig. Nicht? Hier war echt die Spitze noch, ey. Ach, ist nur ein Hase. Ich dachte schon. Dreckschock, schwere Not. Gut. So, mal auf der Map gucken. Wo sind wir? Wo sind wir? Ja, das sieht schon gut aus. Dann müssen wir jetzt hier... ...nach links runter. Genau. Und dann sind wir da, wo ich diese 30-Tage-Mission hatte. Das ist doch okay. So, Bogen, Hammer, Knochenpfeil. Gehen wir direkt auf Knochenpfeile, würde ich sagen. Oder ist am besten. So, jetzt haben wir immerhin schon mal... ...ein bisschen Pelz. Das packen wir da rein. So, da wird's ruhig noch so ein, zwei Wölfe mehr sein. Jetzt kein Problem mit. Hier haben wir die eine Höhle. Daher kennt man sich halt echt langsam schon aus. Das ist schon nice. Auf der einen Seite finde ich das gar nicht so schlecht, wenn man sich langsam ein bisschen auskennt. ...in den Gebieten. Das Spiel macht mir halt immer noch so wahnsinnig viel Spaß. Keine Ahnung. Okay, ich spiele es jetzt zwar auch nur noch für... ...für die Aufnahmen und nicht mehr nebenbei. Zumindest im Moment. Aber... ...ja. Trotzdem ist es einfach. Immer noch Wahnsinn. Ich spiele es immer wieder gerne. Und ich freue mich immer, wenn ich aufnehmen muss. Moment. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ne, wir müssen nach rechts. Okay. Nicht, dass ich mich verlaufe. Das wollen wir jetzt nicht. So, hier oben haben wir aber genug... ...Schwefel, falls wir brauchen. Mal schauen. Also wie gesagt, ich bin jetzt erstmal gespannt da drauf, ob wir... ...und ich höre Wölfe... ...wär doch ein Bär, oder? ...und ich höre Wölfe. ...wär cool, wenn ich die finden würde. Also ein bisschen... ...Pelz bräuchten wir noch, ne? Bisschen Pelz wäre nicht schlecht. Für unsere Bettrolle. Ich höre sie immer nur, aber ich sehe sie nicht. Ja, ich hoffe mal, dass dann da unten... ...am Wasser wieder genug Party ist. So wie da eigentlich immer Party ist. Was, ein Schwein? Schwein. Oh, ich habe es gar nicht gesehen. Das war so... ...versteckelt... ...dass ich beinahe über den Haufen gerannt hätte. Gib mir deine Knochen. So, wir essen mal ein Bärchen. Hier haben wir nur Möhrchen. So, hier müssen wir aufpassen. Hier ist ja immer... ...so der eine Bär. Frage ist natürlich, ist der schon gespawnt oder noch nicht? Wir werden es sehen... ...und hören. Wenn wir Pech haben, auch fühlen. Hey, Reh! Wir rennen einfach mal. Mitten rein. Nö, ist tatsächlich eigentlich noch... ...so ziemlich tote Hose. Darum haben wir, glaube ich, einen Wolf. Erst mal was trinken. Natürlich, er ist das erste Mal getrunken direkt Bakterien eingefangen. Ah, oh, Puma. Hä, treffe ich den nicht? Habe ich den jetzt nicht getroffen in der ganzen Zweige oder was? Warum trage ich den denn jetzt? Okay. Komm, lass mal hierher. Ei, ei, ei. Egal. Auch der gibt uns ein bisschen... ...Fell. So, das sieht doch jetzt schon mal ganz gut aus. Bin ich verwundet? Nee, ich hab nur... ...aber trotzdem... ...stelle ich mir schon mal ein paar... ...Verbände her. Haben ist besser als brauchen. Ja, sieht doch schon ganz gut aus. Sollen wir uns schon Lagerfeuer herstellen? Ja. Perfekt. Wir können sogar schon die Werkbank bauen. Why not? Und zehn von den Knochen fallen. Dann fehlen uns wieder Knochen. Aber das ist alles nicht so wild. Auch lustig. Wir haben die Werkbank, bevor wir irgendwas anderes haben. Ah, naja. So, wir gehen jetzt gleich erstmal unten gucken. Im Durchgang. Wie's denn da so aussieht. Die Wasserflasche ist jetzt voll, ja. Okidoki, das ist auch voll. So, hier sind wir wieder. Äh, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir uns eine Fackel machen würden. Und vielleicht nochmal ein paar Oxidsteine. Äh, da bin ich jetzt nicht so der Fan von, dass wir das, äh... ...nicht auffüllen. Also, es muss immer voll sein. Weil ich das auch schon oft genug vergesse. Und dann... ...haber schneller ein Problem, als mir lieb ist. 5000 Mal haben wir jetzt schon Sachen abgebaut. Rechts. So. Wir haben erst 13 Pelz. Das heißt, ein bisschen brauchen wir noch. So, aber wir gucken jetzt erstmal hier drin. Storm incoming. Erstmal gucken, was wir zu tun haben. Okay, hier scheint offen zu sein. Ja, nice. Ja, nice. Erstmal direkt in die Wüste durchwatscheln. Ich höre euch schon wieder. Ich höre euch doch schon wieder, Jungs. Obwohl, dann hätte man auch, ähm... ...hätten wir tatsächlich auch hier, äh... ...die Landekapsel. Ja, okay. Das wäre dann wahrscheinlich zu wenig gewesen. Oh, wow. Hier ist ja schon wieder Party. Oh, nein, Dumbo kommt. So, warum kommt Dumbo jetzt? Oh, oh. Oh, 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 oh. auf dem wo ist nicht mehr böse okie dokie gehen erstmal ein bisschen natürlich doof das dumm wo jetzt hier die ganze zeit rumrennt und vielleicht können den panther noch anlocken oder wir rennen erst mal hier so rum hinten haben wir noch nie jene immer die noch gut nämlich kurz an rand wir haben jetzt nicht genug stöcke mitgenommen aber ich glaube ich habe das ja gelernt dass ich genau dass ich aus holzstöcken machen kann wo beides freigeschaltet aus lederseile und aus holzstöcken das ist schon mal nicht schlecht technik baum haben wir 23 punkte zur verfügung ok alles klar und wir sollen hallo vorkauf mal weg bitte danke gut wir sollen dahin ich mache mir da mal so ein marker ok nice hier haben wir wieder ein elefantchen kann ich mir denn jetzt schon mal ja ich kann mir ein bett herstellen das ist gut dann machen wir auch erstmal unsere ihr kennst du da haben wir alles natürlich die werkbank dabei egal die frage ist jetzt finden wir da unten genug holz maler weise waren ja hier unten beim wasser dann auch palmen wir müssen in die richtung ich möchte aber jetzt erst mal runter zum wasser tatsächlich hier da unten noch ein paar palmen schlagen dann sehen wir mal weiter so jetzt läuft es langsam gut gut die frage ist halt naja gut und auch über das wasser da unten hin aber wir testen das einfach ja wir sind ja schon bald wieder level 36 tatsächlich in der büste geht das ja auch alles ein bisschen flotter als drüben ich bin froh dass hier wirklich einfach schlichtweg offen war und ja dass wir uns hier nicht durchbohren mussten das wäre ein größerer aufwand gewesen ich nehme hier noch mal ein bisschen holz mit dass wir uns auch die grundlegenden sachen wieder herstellen hier sauerstoffflasche und sowas und daher finde ich das schon gut dass wir schon die werkbanken das kommen sollte ich mir gleich vielleicht noch ein paar feine herstellen gerade hier in der wüste sind pfeile echt sinnvoll soja wir können hier noch weil wir müssen jedes gebirge hoch ja sonst kommen wir nämlich da nicht hoch eben müssen hier gegenüber erstmal noch das noch hier hoch das ist ja nicht so schlimm aber auch trinken und alles perfekt und wir müssen unbedingt fleisch kochen 26 pfeiler können wir herstellen angekommen ist ja schon noch nicht wir haben auch noch eine kokosnuss so wir gucken erstmal dass wir zu dem bauplatz kommen das macht schon wieder so wahnsinnig viel spaß ach man hi dumbo es macht schon wieder so viel laune blöd dass man hier nicht näher ran suchen ja schon ich gehe ja schon die frage ist halt jetzt rechts oder links hier dran vorbei hier haben wir wohl irgendwo scheinbar auch eine höhle hier vorne müssen wir eine höhle haben alles klar und wir gehen einfach mal hier lang und sammeln hier auch mal stöcke und das krams auf die stöcke sammeln wir alle auf ja was 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 quatsch du liebe hier ne komm mir nicht zu nah sonst quatsch du gar nicht mehr ach wow wie ich diesen kleinen kopf wieder nicht treffe gib mir einfach nur meine pfeile und ich bin zufrieden ach so wir brauchen langsam echt unbedingt lagerfeuer aber wo soll man denn jetzt hier hin okie dokie ich bin eigentlich gleich fast mittig hier am platz da bin ich bereit zu bauen jetzt noch breiter was errichte einen janger bauen häutungsbank trophäenbank textilienbank regen auffangbecken ok alles klar krieg hin äh trophäenbank habe ich tatsächlich noch nicht oh wow wir bauen uns jetzt erstmal eine kleine putze da hinten in die ecke hier ist echt party ne jetzt reicht es ja aber hier meine pfeile ich sollte unbedingt mal und da hinten auch noch ein dummer weiße wie weit sind wir denn hier vom wasser weg wir bauen erstmal wir bauen jetzt erstmal unsere kleine hütte dass wir vorher machen können und unsere frage ist nur wartet mal wie hoch ist das hier sehr hoch ja ok wasser brauchen wir jetzt nicht mehr so oft ne durch unsere flasche gut ich stelle erst mal noch pfeile her und bauen unsere putze hier mal so ich weiß nicht immer so her so das das hier machen wir ein fenster rein hier machen wir eine tür rein wer lacht denn hier schon wieder so hässlich so Deckel drauf und jetzt erstmal das bett hinlegen das ist das ist mir na guck kann ich hier nirgendwo womit kollidiert das denn bitte boah ist nicht euer ernst ach nein das finde ich aber jetzt doof dann kann ich hier hinten auch nichts hinlegen tu das doch mal weg okay dann müssen wir das nochmal woanders hin tun dann ist hier irgendwas ach dumbo hat nichts gemerkt dann ist hier irgendwas was stört ich hab wahrscheinlich zu nah am zu nah am felsen gebaut das machen wir jetzt noch schnell Mensch mach doch da kommt der mit der kollisionsabfrage immer nicht so klar boah hier kommen schon wieder lauter Viecher ey was ich hab den tot geboxt nicht euer ernst so ähm wow das inventar ist voll jetzt wird's doch gerade nochmal ganz kurz ein bisschen stressig hier jetzt kann ich die auch nicht aufnehmen ne ich kann die auch nicht aufnehmen ja dann ich nehme mal den graben hier mit bauen nochmal neu ich muss mich nur langsam ein bisschen beeilen ach also ich finde es jetzt hier nicht so brickelnd ich baue jetzt einfach erstmal hier oben mitten drauf ja ich weiß das war auch alles nicht so geplant ich hoffe ich kann jetzt hier dann wenigstens alles hinlegen äh die Tür mach ich tatsächlich da wir machen das Ding erstmal ganz zu hallo snap doch ja vor allen Dingen es kriegt jetzt schon Schaden weißt du wieso vergammelt hier ständig irgendwas ja ich krieg auch schon Schaden ja ich krieg auch schon Schaden so erstmal hier rein gut äh ok jetzt sind wir aber erstmal hier drin jetzt wird's nochmal richtig wild ja ja ach ich würde das schon aushalten ja hier können wir jetzt aber wenigstens besser so erscheinungspunkt gesetzt das war mir wichtig ja machen wir auch mal das Inventar ein bisschen leer indem wir das noch alles da reinpacken aktivieren ja müssen wir gleich mal gucken lass erstmal einen Sturm umgehen ich bin am überlegen ob wir nicht unten in die Höhle gehen mal schauen ja nun denn ich sitze das jetzt hier noch ein bisschen aus aber ist ja gleich rum und wenn es euch gefallen hat lasst mir gerne einen Daumen nach oben da schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an und wenn euch gefällt was ihr seht würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen beim Abonnieren Glocke aktivieren nicht vergessen und wir sehen uns dann das nächste Mal habt bis dahin eine schöne Zeit eure Shazali ich prepariere hier mal ein bisschen Blau Tau